Hi, wir sind die Fynn Kampfer und wir sind nominiert zum Eierlikör trinken für einen guten Zweck und deswegen gibt es jetzt lecker Eierlikör für uns alle. Genau und wir haben schon im Vorrat, wir spenden 50 Euro für Kinderhospiz Stankhaler und jetzt geht's los. Die Vignee Los geht's. Tschüss, los, los. Hold los geht's. Also, man drinnen, man drinnen. Man kann nicht sehen, ja. Eierlikör. Das ist gut, Karsten. Die erste Haube-Lock-Ulse. Ah, jetzt ein Doppel-Dock. Doppel-Halt-Better. Stark. Jetzt muss man rein. Also wie gesagt, Füße gehen raus. Und wir müssen noch jemanden nominieren, die frisierte Luftpumpe. Und die Blackpanda. Und... Two-Stroke-Blankers. Und die 2-Stroke-Blankers. Wer sei die Beste? Fischbar! Fischbar! Fischbar sind wir's Pizza!